Ach, guten Morgen. Hi, liebes Big Day Out Festival. Ich bin der Daniel von MeineZeit. Wir sind hier gerade im wunderschönen Wesel. Ey, wir proben heute. Die Jungs sind schon ganz hart am Proben. Kommt mal mit, das ist unsere Videobewerbung. Ey, wisst ihr eigentlich, warum wir auf dem Big Day Out Festival spielen sollten? Wie ihr gleich sehen werdet, wir sind so unnormal hart am Proben. Wir proben fast jeden Tag. Es hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Wir haben schon Lena Maylandroh-Support gespielt. Wir haben bei der Killerpilze die Tour mitgespielt. Wir haben die Fogjoggers-Support. Also wir haben die Tournband-Geräte supportet. Extra breit. Wir haben schon ganz, ganz viel gemacht. Nur auf dem Big Day Out Festival haben wir noch nicht gespielt. Und deswegen werde ich euch jetzt mal ein bisschen davon überzeugen, dass wir das dieses Jahr mal machen. Kommt mal mit. Wir sind schon seit zwei Stunden dran. Moin, Jungs. Hallo. Jungs, aufwachen. Wir müssen... Jungs. Sag mal, ey. Ja, ich zeige euch schon mal was. Wir sehen uns gleich. Kapitel 10 Bis zum nächsten Mal. Ja, ich zeige euch schon mal was.